Bitte begrüßen Sie die nächste Läuferin aus Finnland, Nächste Skate representing Finnland, Jana Jürgenen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 The scores, please. Janna Jürgenen aus Finnland erhält für ihre Kür 111,58 Punkte. Insgesamt erreicht sie damit 168,82 Punkte und belegt damit aktuell Platz 2. Janna Jürgenen aus Finnland hat einen Investor-State 911,581. Janna Jürgenen aus Finnland hat 168,82 Punkte und ist jetzt in 2nd Platz.